Guten Morgen! Mein Name ist Jérôme Luling und ich leere mich ein guter Letzter-Boyesch. Ich spreche über Zuhren und Banken. Das ist ein Exerciß von Amra. Vielen Dank, Amra, für den Hölf. Hier ist ein Reihbiller und hier ist ein Text. Also kombinieren wir das. Die Kontosnummer. Das ist hier. Die Kontosnummer. So. Das ist die Kontosnummer. Ein Bankomat. Wo ist der Bankomat? Das ist ein Heih. Scheine. Das ist Heih, in Englisch zuhaar. Und das ist hier. Das ist ein Münz. Was tun wir noch? Das ist alles zusammen, das ist zuhaar. Das ist ein Stammel so. So. Ja. Also Scheine, Münze, auch so. 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 Ja. Ein Bankomaatskaart. 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 Die ist. Hi. So. 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 An eine Briefe für ein Haus aufruhen, das ist Hi. Das ist so viele Bilder mit Text. Ich probiere ja ein bisschen mit Chlor nach Hi zu positionieren. Ja, wie sieht ihr alles? Okay, wiederholen wir nachher hier. Also da das Kontosnummer, Formulär ausfüllen, das ist natürlich immer wichtig. Dann eine Bankomatskarte und eine Briefe für ein Haus aufruhen. Hier ist dann der Bankomat und da stehst du dann eine Bankomatskarte heran. Und dann tippt du den Code an und da kommen zu suchen. Suchen und tauschen. Ja, das sind Euro und das sind Dollar. Scheine. Münz. Und das alles sieht. Suchen. Suchen überweisen. Und bekommt überweisen. Suchen obheben. Ja, voilà. So funktioniert das. So. Das ist die Bankomatskarte. Der Bankomat. Und dann hier Suchen obheben. Die Bankomatskarte kann ich auch auf Lützebüch ausstellen. Und hier zum Schluss wollen wir ein Konto auf einer Bank aufmachen. So. Ich hoffe, dass das alles richtig ist. Dann klicken wir hier jetzt auf die blaue Knäppchen. Abracadabra. Zimzalabim. 1, 2, 3. Tiptop. Also, vielen Dank, Amra. Und danke auch für die ersten Bösen, die noch geguckt hat. Bis hoffentlich geschwönen. Au revoir. Nach vielen mehreren Übungen findet ihr auf meiner Internetseite www.exercise.lu Theorie dazu findet ihr auf www.grammaar.lu Ich seh noch auf Facebook und auf YouTube und die bisher mit denen nicht. Die Sendungen präparieren. Werben Tabellen auf Lützebüch und 170 Witze auf Lützebüch. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Bis hoffentlich geschwönen. Au revoir.